da war es ein gutes altes schlagzeug ich meine hier ja ist natürlich im keller ich habe seit ewigkeiten keine möglichkeit zu spielen das super krasses 180 euro all die schlagzeug von vor x jahren ich habe vor 13 jahren letztes mal spielt und ich war so gut wie das schlagzeug ich habe deswegen auch nie in der band gespielt glaube ich nein ich habe so spaß gemacht und ich habe hier diesen lustigen wagen und da könnte ich den ja mal rauf buxieren den gerät und damit mal irgendwie los war mal vor ewigkeiten der plan heute ziehe ich es glaube ich einfach mal durch ein problem habe ich natürlich noch damit ich habe wie gesagt die ewigkeiten nicht ausgepackt und ob das noch vollständig ist ich glaube da fehlte auch einige mal gucken wie weit man das noch zusammen bekommt mal gucken ob das ding hier halt ankommt hier ist er noch alt okay ach so hier die hackfressen ja nicht zeigt jetzt nicht bekommen wir keine ahnung ist das überhaupt ab in wood ja irgendwie so ich bin axel und heute jetzt halbwegs ab in wood zumindest heute wird es total wird wieder keine ahnung ob die tierin passt so der fällige jahr ist in der nähe von bald oder zwischen bildern ist zwischen bildern heute will der verrückte schon wieder im wald mit dem schlagzeug bilder der zeit war im wald mit dem schlagzeug spielen nie will er nicht ich will von der brücke weil ich dachte da ist eh so viel lernen aber ich bin trotzdem irgendwie irgendwie im wald ein bisschen da ist mein ziel ja schon man hört es ja auch heute wird zurückgelärmt und 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 Musik Manchmal hasse ich mich Die Kapsel rausgelegt und dann halte ich mich hin, keine Ahnung warum Gut jetzt liegen, die liegen noch im Keller Nämlich Hierfür die beiden, die Dinger zu behalten Aber auch die Füße hierfür Das muss ich mal gucken, was ich mache Egal, dann muss das halt so funktionieren Ich habe das ganze Zeug jetzt nicht Ich schleppe, um nicht oft zu bauen und ein bisschen Spaß zu haben Außerdem, wie gesagt, ich war immer so schlecht in das Schlagzeug Und wenn das jetzt, wie gesagt, nicht mehr vollständig ist Dann spricht das quasi für sich alles im übertragenden Sinne Aber dann hauen wir mal rein, raus Hauptsache die habe ich bei Die haben mir gedacht, die kommen hier Nicht mit mir Jetzt ist es so klein Ich gehe mal rein, sonst wird das doch weiter Dann schiebe ich mit mir Ich gehe mal hin Dann gehe mal hin Und dann gehe ich mich mit mir und dann gehe ich mit mir Und dann gehe ich mich und dann gehe ich nach Und dann gehe ich mir Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020